Liebe NWZ-Zuschauer, jetzt haben wir noch eine ganz beliebte Rubrik bei uns und zwar zehn Fragen, die unserem Gast wahrscheinlich noch nie gestellt wurden. Ja, eine Mädel, immer noch bei mir. Welche Dinge trägst du immer bei dir? Ich habe einen Schlüsselanhänger, den hat mir meine Schwester mal geschenkt. Das ist ein kleiner Frosch aus Metall und den habe ich als Glücksbringer immer dabei. Wenn der nicht dabei ist, habe ich Angst, dass irgendwas schief gehen kann. Ich weiß ja auch, dass du großer HSV-Fan bist. Angenommen, du darfst von diesem Verein nicht mehr Fan sein, von welchem Verein würdest du dann die Daumen drücken? In der Bundesliga oder? Erste, zweite Liga. Erste oder zweite. Ich würde sagen Dortmund. Okay. Was ist das Peinlichste, was dir persönlich je an einem Set mal passiert ist? Fällt mir nichts ein. Wie, was passiert? Es ist bestimmt was passiert, aber ich erinnere das dann nicht oder ich verdränge das dann. Also, was mir peinlich ist, nee, würze ich jetzt auf die Schnelle nicht. Okay. Was machst du denn eigentlich in der Freizeit, um abzuschalten? Also mal, was nichts mit Film zu tun, was sind so deine Hobbys? Ich gucke tatsächlich gerne Fußball, weil das für mich was Meditatives hat. Also ein bisschen wie Abspülen. Also, ich kenne die Regeln und am Ende muss einer gewinnen und es ist halt was sehr Entspannendes. Ich weiß auch irgendwie in drei Wochen nicht mehr, wie das Ergebnis war, weil ich bin da nicht so fanatisch, dass ich mir das alles merke oder so, sondern für mich ist das, Fußball ist in dem Moment und es ist für mich wahnsinnig entspannend. Und was war das schönste Kompliment, was du jemals erhalten hast? Das kann sonst keiner. Wunderbar. Wir müssen jetzt gleich schon abbrechen, weil natürlich noch ein paar andere warten, aber vielen Dank, Bjarne Miel. Sehr gerne. Vielen Dank.